Hallo, ich bin Dirk Verwein. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal aus Bern hier direkt an der Aare gelegen. Ich hatte hier ein paar Tage Urlaub und habe freundlicherweise von Canon Deutschland eine Canon EOS RC mit einem 1850 mm RF-S Objektiv zur Verfügung gestellt bekommen. Dennoch, ihr kennt das von mir, alles ganz objektiv, wie ich die Kombi finde und was für Vor- oder Nachteile, was hier auf so einem Reise- und Urlaubstrip hat. Das ist ja so eine Reisebrennweite. Die Canon EOS R10 ist eine relativ kleine, kompakte Kamera. Wie hier so meine Eindrücke damit sind, welche Vor- und Nachteile dieses System eventuell hat, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Nach dem kurzen Intro geht es los. de Eine Woche Urlaub, wie im Flug vergangen. Ich war mit dem Wohnmobil unterwegs. Wer dazu zu dem Wohnmobilreisen oder zu unserer Jungfernfahrt mit dem neuen Wohnmobil und den zukünftigen Reisen mehr erfahren will, hier, ich verlinke euch mal den YouTube-Kanal, den ich bereits eingerichtet habe. Da ist zwar noch nicht viel zu sehen, aber vielleicht kann ich euch ja schon mal als Abonnenten da begrüßen. Das gibt mir ein bisschen Ansporn, da schnell auch Inhalte drauf zu packen. Hier auf diesem Kanal, wie gehabt und heute in diesem Video, geht es um die Canon EOS R10, und da wird es auch scharf, die mir freundlicherweise von Canon Deutschland für dieses Revue zur Verfügung gestellt wurde. Ihr kennt das bei mir und ihr kennt das auch von Canon. Die machen keine Vorgaben oder äußern auch keine Wünsche, wie oder was man dazu berichten hat. Von daher, wie gehabt, meine persönliche Meinung aus dem Praxistest ausbähren, was ich da mit produziert habe und wie das Feeling mit der Kamera so war beim Fotografieren. Ich werde euch die Menüs nachher noch zeigen, nicht so tiefgründig, wie es bei meinen Tutorial-Videos sind, aber dann habt ihr einen Einblick, was da an Funktionalitäten drin sind. Ich werde euch ein paar der Videos oder der Fotos zeigen, die ich damit erstellt habe und so meine Eindrücke von der Kamera im Generellen. So, bevor wir einsteigen, aber fangen wir vom Äußeren mal an. Wir haben hier eine 430 Gramm schwere Kamera mit Akku. Die kennen ja irgendwo unter der R7 als APS-C-Kamera mit RF-Bajonett und dann nennt sich das Ganze halt RF-S-Bajonett am Markt bringt, was natürlich dann die Frage offen lässt, was passiert hier mit meiner M. Ist das jetzt endgültig tot? Ihr seht schon vom Formfaktor ist das Ganze ähnlich, aber wenn wir es hier so ein bisschen schräg halten, ihr seht, das Bajonett ist hier dann doch schon etwas größer geworden. Von daher, der Formfaktor, der M, befürchte ich, hat das Zeitliche jetzt gesegnet, jetzt wo es die RF gibt, aber da warten wir einfach mal an. Gucken wir uns die RF-10, R-10, 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 gucken wir uns jetzt mal genauer an und zwar, wir sehen hier oben ein Drehrad für die Moduswahl. Wir haben hier C1 und C2, das finde ich mal ganz praktisch, da kann ich mir eigene Programme drauflegen bzw. eigene Einstellungen abspeichern, die ich immer häufiger verwenden will. Der Ein- und Ausschalter, der ist hier nach rechts gelandet, darüber befindet sich auch ein Wahlrad. Hier habe ich noch ein Wahlrad, das ist schon ganz praktisch. Zwei Wahlräder bei der Klasse von Kameras ist schon sehr ordentlich. Und dann habe ich hier ein Video-Direkt-Button, Auslöseknopf und hier vorne noch ein Schalter für Autofocus und manueller Fokus, der ist hierhin gewandert. Und auf der Rückseite seht ihr schon ziemlich aufgeräumt, aber wir haben einen Joystick mit Steuerkreuz. Das ist ganz praktisch, man kann halt den Fokuspunkt damit versetzen und ja, dass ihr seht, wenn ich hier das Ganze umgreife, ist das hier alles schon mal futsch, ansonsten packt sich das Ganze ganz gut an. Aber hier ein Problem und Makel, wenn ich hier mit dem Daumenball da drauf komme, verstelle ich mir da oder kommt immer die Einstellung hoch, welchen Blitz ich denn gerne hätte oder ob ich den Blitz aktivieren will, weil das hier halt auf dieser Taste liegt, habe ich mir nachher deaktiviert, war also regelmäßig ein Problem. Ich weiß nicht, wer kleinere Hände hat, der hat vielleicht Glück. Ansonsten ist es eine Option, man kann es halt einfach abschalten. Was haben wir noch? Wir haben eine ganze Menge an Anschlüssen. Das gefällt mir auch wieder gut. Wir haben hier einen kleinen HDMI, wo es ja immer die Frage gibt, warum klein? Wir sind da auch schon Stecker von abgebrochen. Die Kleinen sind halt ein bisschen tüdelig und wir haben einen USB-C Anschluss. Das gefällt mir auch sehr gut, weil hierüber kann ich die Kamera dauerhaft auch mit Strom versorgen und auch aufladen, also ich bin nicht mehr darauf angewiesen, mir irgendwie, wenn ich jetzt längere Videoaufnahmen oder Intervallaufnahmen mache, mir ein Dummy-Akku zu besorgen. Ich kann hier die Kamera dauerhaft mit Strom versorgen, was in Anbetracht dessen, dass die Kamera keine Videobegrenzung hat, also ich kann über diese magische 29 59 Grenze drüber filmen, macht das natürlich dann noch mehr Spaß, wenn man da auch eine passende Stromversorgung hat. Würde ich mich auch freuen, wenn das irgendwann mal bei der R5 oder R6 mit der Begrenzung wegfallen würde. Aber da werde ich wahrscheinlich die Hoffnung aufgeben dürfen. Dann haben wir hier noch einen Mic-Anschluss, also externes Mikrofon, in halber Klinke und einen Anschluss in Klinkenausführung für einen Fernauslöser. Ihr seht schon, die ist relativ gut ausgestattet und dafür, dass sie unterhalb der R7 platziert ist, ist sie schon ziemlich gut und umfänglich ausgestattet. Das gefällt mir erstmal ganz gut. Die Kamera kostet mit diesem Objektiv, das ist das 1850er, gleich da auch noch ein bisschen zu. kostet das Ganze 1369 Euro. Ich denke, der Preis wird über kurz oder lang auch ein bisschen fallen. Aber das ist doch schon mal ein ordentliches Paket. Das Display ist dreh- und schwenkbar. Das kennt ihr von Canon. Ihr könnt uns das hier mal anmachen. Da sehen wir ein bisschen, Canon hat ein bisschen Displaygröße gespart, das sind 1,04 Megapixel Display. Der Touch funktioniert gut. Wir können zweifeln und vergrößern, wie gehabt. Das klappt alles super bei Canon, immer mit dem Touch. Aber hier, man hat einen relativ großen schwarzen Balken, wo man halt Displayfläche ein bisschen eingespart hat, um Kosten zu sparen wahrscheinlich. Aber man muss auch ein bisschen abgrenzen zu anderen Produkten, von daher macht das eventuell Sinn. Dann habe ich hier mein Menü, da kommen wir gleich noch zu und welche Menüpunkte sich darunter verbergen. Abschließend noch zu dem eigentlichen Gehäuse. Der Sucher, das ist ein OLED-Sucher, der hat 2,36 Millionen Bildpunkte. Wirkt ein bisschen klein, man hat so ein bisschen Mäusekinoeffekt, wenn man da so reinguckt. Also das ist ein bisschen anders als gewohnt, wenn man jetzt gerade mit Vollformat viel macht. Aber das funktioniert nach einer gewissen Zeit und Eingewöhnungsweise ganz gut. Und ja, zum Gehäuse eine Sache vielleicht noch. Wir haben hier den Deckel, der ist ein bisschen klappreich, aber funktioniert auch ganz gut. Wir haben hier den LPE 17 Akku. Der LPE 17 Akku, der ist ein bisschen die Feder, die muss man schon gut nach hinten drücken. Und wir haben natürlich bei der Preisklasse nur ein Speicherkartenslot, aber im UAS 2 Standard. Also der ist schon relativ zügig. Das ist schon ganz ordentlich. Ich habe das Ganze als Kit gekriegt, also mit dem 18-150er. Dann gehen wir hier auf die Kit-Linse auch noch mal kurz ein, weil es gibt die in zwei verschiedenen Ausfertigungen. Einmal mit dem 18-45er Kit. Das habe ich hier, das ist so ein typisches, da muss man einmal über den Punkt drüber. Man hat hier so eine, wo ist es da? Einmal so eine Parkposition. Und wenn man fotografieren will, muss man erst auf die 18 und hat dann halt seine Brennweite bei diesem Objektiv zur Verfügung. Und zum Einparken kann man es halt wieder klein ziehen und dann ist es in der Tasche halt klein und handlich. Das hat hier dieses 1850er nicht, das ist schon so relativ klöpfer und von der Haptik sind hier aber beide sehr identisch. Kunststoff, nicht gummiert, haben hier vorne noch ein Rad, wo man den Fokus oder die Schärfe mitziehen kann. Kit-Linsen halt. Aber bei dem Preis und die Bilder werden trotzdem gut. Und ich muss sagen, gerade im Urlaub mit der Linse, ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder, muss ich sagen, ist das eine feine Angelegenheit. Man hat da tatsächlich im Brennweitenbereich, in der Tasche und in der kompakten Form die ordentliche Ergebnisse liefert. Die Kamera ist ordentlich, die hatten wir glaube ich eingangs schon erwähnt, ist der APS-C Sensor mit 24 Megapixel drin. Das ist der Sensor, der hier ähnlich der M50 Mark II werkelt. Der hat in dieser Kamera nur noch einen stärkeren Prozessor und zwar den DGX Prozessor. Das merkt man, also alles was mit Bildbearbeitung intern der Kamera zu tun hat, funktioniert einfach gut. Gut und da gibt es nicht viel zu meckern und bevor wir jetzt euch gleich noch oder bevor ich euch noch ein paar Bilder zeige, schließe ich mal eben hier mein Kabel an. Dann gehen wir mal eben die einzelnen Funktionalitäten durch. Nicht im Detail, das ist kein Tutorial hier, aber um euch einfach mal kurz zu zeigen, was denn da für verschiedene Möglichkeiten in der Kamera sind. Und ihr seht, das Menü ist wie bei einer großen, ihr seht gar nichts, ihr seht jetzt das Menü, das ist wie bei einer großen normalen, normalen Vollformat Kamera, aber kennen halt. Ich kann hier RAW und JPEG gleichzeitig schießen mit meinen 24 Megapixeln und die Komprimierung noch einstellen bei den JPEGs. Ich habe das komprimierte RAW. Ich habe auch hier mein Dual Pixel RAW. Ich kann also, wenn ich das möchte, meine Schärfe, meinen Fokus noch ein bisschen korrigieren in der Kennen Software. Belichtungskorrektur, das sind alles Sachen, die kennt ihr aus Kennen Kameras. Die habe ich in anderen Videos sehr ausführlich schon mal beschrieben, wenn ihr Fragen zu den einzelnen Punkten habt. Sehr gerne einfach in die Kommentare oder mich direkt anschreiben, was wir hier auch wieder haben. Wir haben einen externen oder einen internen Blitz zusätzlich zu der Möglichkeit, einen externen zu montieren. Und ja, ihr seht, das ist alles, was man sich so wünscht, ist da und manchmal sogar etwas mehr. Wir haben hier Kreativfilter, was dann auch wieder da zeigt, das kennen die halt an Leute adressiert, die halt Fotos machen wollen, nachher nicht stundenlang noch in der Bildbearbeitung romaktieren wollen. Die möchten schnelle Ergebnisse, die Bilder eventuell mit der App von der Kamera runterladen. Das ist hier halt mit den Kreativfiltern sofort möglich. Ich habe die Möglichkeit, mir das alles vor einzustellen in der Kamera, ohne stundenlang nachher noch in Photoshop oder irgendwo anders runterarbeiten zu müssen. Von daher, ja. Was haben wir noch? Die Objektivkorrekturen haben wir natürlich auch. Da kommen wir gleich noch zu Mehrfachbelichtung. Auch wieder das gleiche Thema. Wer eine Doppelbelichtung machen möchte oder solche Geschichten, Bildkomposition direkt in der Kamera. Manche finden es schön, manche gruselig. Der kann es gleich hier machen. Ich zeige euch das hier nicht, weil erstens finde ich es gruselig. Zweitens kann ich es in Photoshop schneller. Aber was ganz interessant ist, ist dieser Raw Burst Modus. Der ist besonders für Sportfotografen und Tierfotografen. Wenn man nicht genau weiß, wann die Action losgeht, drückt man bei aktiviertem Burst Modus den Auslöser schon mal halb durch. Die Kamera ist in einem kontinuierlichen Aufnahmemodus. Und wenn man dann den Auslöser ganz durchdrückt, dann werden einzelne Bilder aufgezeichnet. Und die halbe Sekunde, die vor dem eigentlichen Auslöser auch gedrückt war, wird auch noch gespeichert. Also man hat halt dann so ein bisschen Zeitvorsprung oder holt sich ein bisschen Zeit zurück. Auch wenn eine halbe Sekunde sich erst mal wenig anhört. Ist aber dann erst mal schon mal ganz praktisch, wenn sie einem fehlen. Ja, dann hat man, also ich zeige euch das hier noch. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, euch auf die Lauer zu legen. Und auch wenn ihr dann ein bisschen träge seid beim Auslöser, habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze noch wieder zu holen. Fokus-Bracketing haben wir. Wir können also unser Pukki verschieben, wenn wir offenländisch arbeiten wollen bei Licht oder was auch immer es so erforderlich machen. Könnt ihr halt euch den vorderen Fokuspunkt aussuchen. Die Kamera zieht dann einfach die Schärfe bis hinten ins Bild rein, um dann ein ausgewogenes, durchgängig scharfes Bild zu generieren. Auch praktisch kann man auch mit anderen Möglichkeiten machen, aber ist in der Kamera gleich drin. Praktisch auch bei der Kamera, das Ganze wird auch als Einzelbild auch noch alles abgelegt. Man hat also nicht nur das zusammengerechnete Bild, sondern auch die Einzelbilder und kann dann halt bei Bedarf auch darauf wieder zugreifen. So, dann haben wir noch Betriebsart. Das sind alles Sachen, die auch relativ Standard sind. IS, ein Manko hat die Kamera natürlich bei dem Preis. Und der Differenz zur R7 muss ja dann gerecht werden. Die hat keine In-Buddy-Stabilisierung. Über diesen Menüpunkt hier bei der R10 regle ich halt den Stabilisator im Objektiv. Da kann ich das ein- und ausschalten. Bei den Objektiven wurde aus Kosten und wahrscheinlich auf jegliche Schalter in dem Bereich verzichtet. AF und MF und auch, wie gesagt, den Stabilisator ein- und aus-Button gibt es bei diesen Objektiven hier nicht. So, was haben wir noch? Simulationen, Anzeigen. Wie gesagt, wie soll der Fokus, wie soll der Sucher oder das rückwärtige Bild die Belichtung anzeigen, simuliert oder nicht. Kann man hier alles einschalten. Gibt es alles Videos auf meinem Kanal zu den Menüs der anderen aus der R-Serie. Was interessant ist, Canon hat hier, und da zeige ich euch auch ein paar Aufnahmen, die ich gemacht habe, dem Ganzen mehr oder weniger das Autofokus-System, der R3 spendiert. Also Autofokus funktioniert super, Augenerkennung bei Tieren. Ich blende euch das ein. Ich war hier noch eben kurz im Schierpark, hier in Wezel, gar kein Problem. Augenerkennung bei Ziege, bei Vögeln, auf langer Distanz, sehr weitwinklig oder nicht, egal. Der Fokus, der Sitz, der bleibt haften, wenn ich einmal das Ganze anvisiert habe im Servo-Modus. Das ist ganz klasse gelöst. Da braucht man sich kaum mehr Gedanken zu machen. Da ist die Technik mittlerweile wirklich ausgereift. So, hier haben wir die ganzen Servo-AF-Sachen, die dann auch wieder nach gut Düngen und Einsatzzweck eingestellt werden können. Und alles andere ist da auch wieder mehr oder weniger im Standard, wie es halt mittlerweile bei Canon bei den neueren Modellen alle üblich ist. Das macht schon relativ Spaß. Man hat eine Kamera für 1.369 Euro mit dem Kit-Objektiv. Und ja, ich mache das hier mal ab wieder. Und ich muss sagen, diese Linse gefällt mir für auf Reisen wirklich gut. Das macht Spaß. Vom Gewicht her ist das nicht groß auffällig, wenn man das Ganze mit einpackt. Wir werden diese Linse jetzt hier für eine Reise von der Brennweite zu kurz mit 45 Millimetern. Gut, wenn man nur Städte-Tour macht, passt das wahrscheinlich auch. Aber wenn man ein bisschen on the tie arbeiten will, ist das schon eine feine Sache. Kommen wir noch zu einer anderen Sache, weil ja auch viel jetzt über Video spricht. Das Ding kann natürlich auch Video in 4K. IPB und IPB-Lite mit 30 Frames per Second und bis 60 Frames per Second hoch. 120 Frames nur bei Full HD ist halt die Frage. Will man damit filmen, kann sie vernünftig, kann das Ganze clean HDMI ausgeben. Also man kriegt ein Bild auf einem externen Recorder, wenn man es haben will, oder auf irgendeinem externen Bildschirm ohne Menüeinblendung, was für den einen oder anderen wichtig ist. Und ja, wie gesagt, ich hatte schon kurz erwähnt, es gibt keine Laufzeitbegrenzung mehr. Bei der Videoaufzeichnung, die 2959-Regelung ist hier raus. Die Zollbegrenzung gibt es nicht mehr. Die Kamera hat die auch nicht mehr. Von daher, das ist schon eine sehr interessante Sache für Leute, die halt ziemlich viel und dauerhaft filmen wollen und sich da mal ausprobieren wollen. Die ganze Kamera hat einen Crop-Faktor von 1,6, wie wir kennen auch üblich, ist halt die APS-C Kamera. Und ihr seht schon, das Bajonett ist schon ziemlich wuchtig. Und ich bin gespannt, was da formfaktormäßig für RFS noch geht. Aber die M50, die ist natürlich auch hier schon Maßstab gewesen. Die war auch schon klein und handlich. Da gab es ja auch die eine oder andere kompaktere Version noch. Da bin ich gespannt, wo sich das Ganze hin entwickelt. Da soll es ja am Wunkeln noch eine R100 geben oder was auch immer. Wir lassen uns da mal überraschen. Ja, das zu den technischen Spezifikationen und so mein Praxisempfinden zu dieser Kamera. Jetzt ist natürlich alles, jetzt ist mein Rechner natürlich ausgegangen, aber der kommt sofort wieder, ist natürlich alles Schall und Rauch, auch wenn man keine vernünftigen Ergebnisse kriegt. Und da zeige ich euch mal ein paar Bilder, die ich mit der Kennenden aufgenommen habe. Und zwar, das ist alles unbearbeitet. Und da holt man natürlich noch auch einiges raus. Die hat einen Dynamikumfang von, muss ich mal eben gucken, 12 Blenden soll sie haben. Und es ist halt eine APS-C Kamera und da kann man ISO-mäßig natürlich nicht die Welt verlangen. Und so ist es auch bei der Kamera natürlich. Wir haben ab ISO 3200 haben wir Rauschen. Und ihr seht das hier, ich kann euch das hier mal ranholen, das ist 6400. Im RAW umbearbeitet haben wir natürlich ein Rauschen. Wenn ich das Ganze im JPEG habe, rechnet sie das schon ganz gut raus. Wobei die Frage ist natürlich, ich habe hier mein Bild im Vollformat, in welcher Auflösung guckt man sich das Ganze an. Bis 3200 ist auch schon eine Menge, da kann man einiges mit anfangen. Gerade wenn man in der Reisefotografie unterwegs ist. Wir hatten es leider ein bisschen riesig, aber da sind die Ergebnisse trotzdem noch ganz ordentlich. Vom Brennweitenbereich vielleicht nochmal ganz kurz. Wir haben hier ein und dasselbe Bild mit dem gleichen Objektiv aus der gleichen Position. Und ihr seht eine schöne Panoramasituation. Und hier habt ihr hier so ein Felsgestein, wo die, und das ist das gleiche Bild mit dem Felsgestein. Jetzt hatte ich den Fokus nicht schön gesetzt, aber ihr seht, wie viel Brennweitenbereich man mit dem 1850er da so mitbringt. Und ja, ansonsten Blendensterne kann es auch, auch wenn es nicht so schön ist, alles nicht bearbeitete Bilder. Und man sieht, man kann da durchaus mit arbeiten. Die interne Korrektur arbeitet natürlich auch anwandfrei. Und ich habe hier noch ein paar Bilder gemacht, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn man hier halt ein etwas hochwertigeres Objektiv dran sitzt. Da war jetzt das RF 1535 aus der L-Serie dran. Ihr seht, die Linse macht das Bild auch in diesem Fall. Und ich glaube, ihr seht schon, okay, der Sensor hat jetzt einen Dynamikumfang von zwölf Blenden. Was nicht schlecht ist, da hätten wir früher das gefeiert. Und ist auch vom Rauschen her ein typischer APS-C-Sensor. Aber wenn ich da eine vernünftige Linse dran mache, seht ihr, die Bilder sind auch bei dieser Kamera wirklich, wirklich gut. Und der Funktionsumfang ist halt auch mit Fokus-Bracketing, mit Raw Burst-Modus, mit Intervallometer. Die hat noch eine Panorama-Funktion. Ich kann alle EF und EF-Objektive jetzt mit dem Adapter anschließen, kann die weiter benutzen. Wenn ich jetzt ein Wechsler bin von der normalen EOS-Serie ins Digitale, ins Spiegellose, so digital waren sie alle schon, ins Spiegellose, habe ich hier ein gutes Einstiegsmodell. Und auch für Leute, die vielleicht aus der Kompakt-Serie mal in den Bereich Wechselobjektiv gehen wollen. Da wird sich bestimmt noch das ein oder andere tun. Ihr merkt, meine Stimme wird so ein bisschen schwächer. Von daher gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Ich hatte mir natürlich ein paar Notizen gemacht. Und ich denke, die meisten Sachen und die wichtigsten Sachen sowieso sind alle erwähnt. Und wer noch Fragen hat, ihr kennt das bei mir gerne in den Kommentaren. Gerne auch vielleicht per Direkt-Mail oder auf Instagram oder Facebook einfach kurz anschreiben. Soweit es möglich ist, werde ich das versuchen, alles passend zu beantworten. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback zu der Kamera. Und ist das was für euch? Seid ihr sowieso anders unterwegs? Seid ihr im Vollformat unterwegs? Ist das die Kamera, worauf ihr gewartet habt? Könnt ihr euch vorstellen, sowas als Reiseset zu benutzen? Alles in die Kommentare. Wie geht es weiter mit dem Kennensystem? Kommt da noch was Kompakteres jetzt für RFS? Da bin ich ja so gespannt drauf. Ich hätte ja so eine kleine kompakte Kamera gerne. Ich habe ja auch aufs M-Bajonet gewechselt. Bin natürlich jetzt mit einer M50 und der M50 Mark II gespannt, wie es da weitergeht oder ob es da weitergeht. Ich befürchte, es sieht nicht gut aus. Ja, ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. Ihr kennt das. Einmal da unten aktiviert euch die Glocke dazu. Dann kriegt ihr eine Info, wenn das nächste Video wieder online ist. Und ich verspreche euch, dass sie jetzt nicht mehr so lange dauert. Ich habe nämlich ganz viel Zeug hier rumliegen. Und jetzt kommen wieder die langen Tage oder die kurzen Tage. Ja, die kurzen Tage kommen jetzt wieder. Und da gibt es das ein oder andere Video natürlich wieder von mir. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch zu einem der nächsten Videos wieder begrüßen würde und sage Tschüss, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.